Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit der erstmal letzten Reaction, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Übersicht der neuen Aktionen zur Version 4.7, verwoben mit dem immerwährenden Traum. Ich gebe euch aber jetzt gleich noch Bescheid, hier gibt es noch die Verlosungsaktion zur Version 4.7 zur Sondersendung, den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung, im HoyoLab zu finden. Wobei es nicht so wichtig ist eigentlich, ihr könnt auch einfach auf Facebook direkt gehen, hier kommt ihr nämlich zur Aktion auf Facebook. Und das Ganze findet auch nochmal auf Twitter statt. Einfach auf dem offiziellen Genshin Impact Kanal und auf Facebook genau das gleiche, einfach die offizielle deutsche Genshin Impact Seite, wobei ich glaube es muss tatsächlich, nee es gibt gar keine deutsche Seite, oder? Ach egal, auf jeden Fall offizielle Genshin Impact Content und dort findet ihr diese Beitragsstationen, wo man dann eben teilnehmen kann. Was man gewinnen kann, ist ganz einfach, 10 mal verwobenes Schicksal, es nehmen natürlich sehr viele Leute teil, Gewinnchance ist nicht allzu hoch. Und auf Facebook ist sie aber deutlich höher als auf Twitter. Auf Twitter nimmt zigtausend teil, auf Facebook wenige hundert bis ein, zweitausend. Und ja, das war es eigentlich auch schon dazu. Und dann haben wir jetzt noch 4.7 Aktionen. Die Mutual Security Enhancing Situation, das ist auf jeden Fall eine Kampfaktion, das sehe ich sofort. Ah, das ist unsere, achso, das ist die größere, die übergeordnete Aktion. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Bogen, der ziemlich cool aussieht. Krone der Weisheit natürlich am Start. Mit den Milliliten und die Armed Forces of Neighboring Nations. Okay. Are working together to hold a cooperative war game, seeking ways to prove their tactics. Ah, okay. Oh, das Theater der Vorrichtungen. Aber in einer abgeänderten Version. Schatzräuber, die gegen Schleime kämpfen. Okay. Es ist alles Theater der Vorrichtungen, oder was? Hm, okay, das ist jetzt eine normale Kampfaktion. Hey, sie geben Catching Screen Time, let's go. Okay, das ist jetzt eine andere Aktion. Record of Reflective Riding. Upon returning to Mondstadt, you encounter a light novelist. Following her script, you embark on a wondrous journey of reading and reverie. Also in Mondstadt findet da statt, einer Schriftstellerin oder Autorin. Ach, das ist das, okay. Aber auch in einer neuen Version. Wow, okay, das sieht actually cool aus. Oh, Spino Double Blaster. In an unremarkable part of blue region, you and Paimon here allowed boom. War das nicht das, was es auch in der, ah, wie hieß das nochmal, in Fontaine des Wasserreich? Oder war es schon in Fontaine, oder war es noch Submero? Auf jeden Fall gab es doch diese Wasseraktionen. Alle mit den blauen Haaren, ihr wisst schon, was ich meine. Okeanide. Ja, genau. Okeaniden. Das reicht ja, Okeaniden. Ich weiß nicht, wie es heißt. Sorry, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall, da gab es doch auch so eine Kanone, wo man auch so Dinger schießen musste. So diese Krokodil-Krokodilskanone oder so. Irgendwie so. Scheint so ähnlich zu sein. Gut, das haben wir hier. Inter-Imaginarium-Theater, before the beginning of our stories, after the end of our tales, in the interstice? In? Interstice? Damals, was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen oder gelesen. Ha, interesting. Between reality and fantasy, there is an endless drama unfolding, never ceasing upon the stage. There is no beginning, nor an end. Four in the telling of the story. The two differ not. Choose a one character to join the principle. Das ist ein Theater, in dem man die Charakter wählen muss. What? Es ist eine Kampfaktion. Ich muss zugeben, sie haben mich erwischt. Es ist eine Kampfaktion. Und doppelte Belohnungen von den Blüten der Off-Baron und des Reichtums. Neue Waffen. Boah, das Schwertzieht aber. Boah. Also die Waffen, also in letzter Zeit muss ich sagen, die Waffen sehen immer geiler aus. Also ich meine, Alecino braucht man gar nicht drüber reden. By the way, ich sage immer noch Alecino, obwohl sie auf Englisch Alecino sagen. Also sie sprechen das C so mäßig aus. Ich finde, das ergibt einfach keinen Sinn, weil das sind ja zwei Cs. Also was ist dann das erste C? Ist das stumm oder was? Wobei sie sagen tatsächlich Alecino. So sagen sie es, ne? Ich finde, das klingt irgendwie so. Das ist eine Sprachbarriere. Ich meine, du musst mit einem Worts Pause machen. Egal. Auf jeden Fall, die Waffen sehen echt geil aus. Und ich finde, das Schwertzieht richtig geil. Ich wollte gerade Schwert sagen. Schwertzieht richtig geil aus. Das ist richtig groß, richtig lang. Ich dachte eigentlich, sie trägt einen Degen. Also es hat auch diese Degen-Krümmung. Keine Ahnung, wie man das nennt beim Griff. Aber es ist, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt ein Degen. Es ist so eine Mischung aus Degen und Schwert irgendwie. Es sieht auf jeden Fall geil aus. Und der Bogen, aber leider ist auch richtig geil, der Bogen. Muss ich schon sagen. Sieht richtig, richtig cool aus. Auch mit dem Herzen vorne sieht man von der Seite nicht ganz so gut. Aber vorne das Herz, hier der Flügel. Richtig geiler Bogen. Und selbst dieser Cloudforged Bow, den man ja gratis von der Aktion bekommt, auch richtig geil. Also mit den Waffen, finde ich, geben sie sich in letzter Zeit auch richtig heftig Mühe. Ich meine, ob die gut aussehen oder nicht, ich meine, das spielt eigentlich keine Rolle, weil ich meine, das ist ja immer so Signature-Character. Willst du die Waffe normalerweise haben? Außer du probierst irgendwie zu sparen. Dann guckt man halt, was ist das Zweitbeste und so. Pipapo. Ihr wisst das ja selber alle. Aber ja, also ich finde einfach, dass die cool aussehen. Muss man ja auch mal sagen, ne? Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ja, aber auf jeden Fall, ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es nicht wirklich was da, was mich besonders gereizt hat von den Aktionen. Theater der Vorrichtungen war ich nie ein großer Fan von. Das scheint jetzt wieder eine neue Version davon zu sein. Beziehungsweise nicht unbedingt Theater der Vorrichtungen. Es ist mehr halt, ja, einfach diese Türme aus Theater der Vorrichtungen, die hier in dieser Aktion verwendet werden. Ganz neuer Spin auf jeden Fall. Ja, dann sehr viele Kampfaktionen auf jeden Fall. Oder jetzt nicht unbedingt direkte Kampfaktionen. Ich meine, sowas als Kampfaktionen zu bezeichnen. Ja gut, okay. Aber ihr wisst, was ich meine. Also es ist jetzt auch nicht wirklich so. Also es war für mich zu viel Kämpfen, zu wenig anderes. Also das andere, was wir hier hatten, war noch das hier mit dem Labyrinth. Mit dem in Mondstadt. Das mit der Kanone. Ja, und das hier ist eigentlich auch eine Kampfaktion. Also ja, es ist so ein bisschen, ja, weiß nicht wirklich was dabei, wo ich jetzt sage, okay, da freue ich mich richtig drauf. Aber egal. Ich meine, Kampfaktion ist klar. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger trotzdem das Gameplay von dem Spiel, das du rumläufst und mit deinen Figuren kämpfst. Also es wird immer in einem großen, ja, es wird immer vertreten sein. Auf jeden Fall in irgendeiner Form. Aber ist ja auch egal. Ich sage auf jeden Fall, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo auf jeden Fall von euch freuen. Was haltet ihr von Version 4.7? Ich denke, die Aktionen werden sowieso in den Hintergrund rücken, wenn es mit der Story weitergeht. Weil das so selten passiert, dass die Story weitergeht. Dass das so ein heftiges Highlight ist, dass hier auch einfach keine Aktionen kommen könnten und sie uns einfach nur das Urgestein per Post schicken. Und kein Mensch würde fragen, was ist da los? Oder wo sind meine Aktionen? Alle wollen sagen, ja, nee, mach das lieber nächstes Mal auch so. Einfach Story und vergesst einfach die Aktionen. Oder so. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Und vergesst nicht die Verlosungsaktionen von dem verwobenen Schicksal. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.